Wie wirst du ein Geldmagnet, der also Geld automatisch anzieht? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach, Gründer des VIP7-Jahres-Clubs und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Auf meinen Seminaren fragen mich Teilnehmer immer wieder, Bodo, warum werden eigentlich schlechte Menschen so reich? Wie kann das sein? Die Antwort ist ganz einfach. Geld ziehen wir magnetisch an, wenn wir der richtige Magnet dafür sind. Aber ob wir Geld anziehen, hat nichts damit zu tun, ob wir gut sind, ob wir gerecht sind, ob wir ethisch handeln, also ob wir im wahrsten Sinne des Wortes gute Menschen sind. Magnetismus ist ein Naturgesetz, eine Naturgewalt. Und die Natur diskriminiert nicht. Die Natur unterscheidet nicht zwischen gut und schlecht. Du kannst von einem Baum fallen, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist, weil die Erde dich einfach anzieht. Und du kannst Geld anziehen, ob du ein guter oder schlechter Mensch bist. Geld diskriminiert nicht, urteilt nicht. Es gibt keinen Unterschied, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist in Bezug auf Geld. Das Entscheidende ist, ob du Geld anziehst. Man gibt es immer Menschen, die sagen, wenn ich ihnen das geantwortet habe, das ist aber doch nicht fair. Aber weißt du, in der Natur gibt es keine Fairness. Die Natur ist effektiv. Sie ist wunderschön, aber auch grausam, mindestens hart. Und ganz bestimmt ist sie nicht fair. Wir dürfen aus erstrebenswerten Dingen nicht etwas machen, was über den Naturgesetzen steht, nur weil wir das dann für fairer halten würden. Wir sollten einfach lernen, ein Geldmagnet zu sein. Und wir werden gleich darüber sprechen, wie du das machst. Denn Geld ist Energie. Und Energie können wir anziehen. Und zwar durch Energie, durch magnetische Energie. Welche Menschen ziehen also Geld magnetisch an? Das ist die wichtige Frage. Erstens sind das Menschen, die ein großes Verlangen danach haben, Geld zu besitzen. Sie lieben Geld. Und sie glauben auch, dass sie es verdienen oder haben sollten. Und sie wollen es auf jeden Fall. Sie wollen auf jeden Fall Geld haben. Am liebsten wollen sie darin baden. Zweitens, Menschen, die ein Geldmagnet sind, haben eine starke von weg und eine starke Hinzu-Energie. Mit von weg meine ich, sie wollen Schmerz vermeiden. Vielleicht hatten sie eine schwere Kindheit. Vielleicht sind sie ausgelacht worden. Vielleicht hatten sie irgendein Handicap und haben vieles erdulden müssen. Und sie haben dann den Glaubenssatz ausgebildet, Geld wird mich retten. Geld wird mir helfen. Als Ausgleich für all die vielen Ungerechtigkeiten, die ich dann im Leben erfahren habe. Und diese ausgleichende Gerechtigkeit, dieses Luxusleben, das sie unbedingt haben wollen, das ist dann für viele Menschen die Hinzu-Energie. Sie wollen diesen Luxus. Sie wollen weg von dem, ausgelacht zu werden und hin zu dem Luxus, dem Schönen. Die Kombination aus von weg und hin zu, die ist unfassbar stark. Das ist so ziemlich der stärkste Geldmagnetismus, den wir haben können. Drittens haben diese Geldmagneten, diese menschlichen Geldmagneten, positive Glaubenssätze über Geld. Positive Global Beliefs. Sie glauben zum Beispiel, so ein globaler, großartiger Glaube, dass Geld gut ist, dass Geld Macht verleiht, dass Geld Luxus ermöglicht und dass Geld alles nach vorne bringt auf der Welt. Dass Geld eine gerechte Form der Macht ist und dass Geld Sicherheit schafft und so weiter. Bitte bedenke, es geht hier nicht darum, ob das richtig oder falsch ist. Das sind Glaubenssätze. Das ist etwas, das wir glauben, nicht wahr oder falsch. Und ich kann dir nur empfehlen, dass du dir deiner Glaubenssätze in Bezug auf Geld richtig bewusst wirst. Niemand wird Geld anziehen, der negative Glaubenssätze über Geld hat. Warum ist das so? Unser Unterbewusstsein will uns gut. Und darum will es vermeiden, dass wir Schmerz empfinden und es will uns helfen, dass wir Freude erleben. Und darum wird es niemals Geld in unserem, in deinem und meinem Leben dulden, wenn wir negative Glaubenssätze über Geld haben. Denn es will ja, dass es uns gut geht. Und das Unterbewusstsein weiß nicht, was gut und schlecht für uns ist, außer durch unsere Glaubenssätze. Und die will es erfüllen. Nun ist es ein großer Unterschied, ob wir Geldmagnet sind, damit Geld in unser Leben ziehen, oder ob wir mit dem Geld, wenn es in unserem Leben dann ist, auch glücklich sind. Alle Weisen der Welt wissen, Geld ist neutral. Wir entscheiden, was dieses Geld in unserem Leben bewirken wird. Und wenn wir immer mehr Geld haben wollen, ohne darüber nachzudenken, wie wir damit auch anderen Menschen Gutes tun können, dann werden wir in der Folge sehr leicht gierig und geizig. Und wenn wir nur an uns denken, gierig und geizig sind, dann verwandelt sich das neutrale Geld in, was ich nenne, unglückliches Geld. Unglückliches Geld. Und unglückliches Geld bringt uns kein Glück. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, ja, Geldmagneten zu sein, aber dann aus dem Geld, wenn wir es denn in unserem Leben haben, glückliches Geld machen. Willst du die beste Formel wissen, die ich dafür gefunden habe? Sie heißt WGWO, steht für Wert, Geld, Wohlstand. Das soll heißen, wenn wir für andere Menschen ein Problem lösen, dann schaffen wir für diese Menschen Wert. Das ist wertvoll für die. Und wenn wir für andere Wert schaffen, folgt daraus automatisch Geld. Und dieses Geld kommt in unser Leben. Das heißt, je mehr Wert wir schaffen, umso mehr Geld strömt in unser Leben. Wir werden das Geld aber nicht festhalten, wenn wir kein Geldmagnet sind. Und darum gelten die drei Dinge, die wir eben gesagt haben. Wir müssen lernen, ein Geldmagnet zu sein, ein guter Geldmagnet zu sein. Und das Geld, das dann automatisch in unser Leben kommt, das verwandeln wir dann in Wohlstand, in Assets, in Werte. Und es gibt nur drei wichtige Werte. Der erste Wert ist, das sind unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Wir sollten Geld nutzen, um den Menschen zu helfen, die wir gern haben, die wir lieb haben. Zweitens investieren wir in uns selbst. Wir sollten unser Geld nutzen, um stärker zu werden, glücklicher zu werden, gebildeter zu werden. Wir sollten straßenschlau lernen. Und wenn wir das tun, dann macht Geld uns glücklich. Und drittens sollten wir unser Geld in Sachwerte eintauschen. Wir sollten lernen, zu investieren. Wir sollten lernen, unser Geld zu erhalten und zu vermehren. Und wenn wir wollen, dass unser Geld nicht nur weniger wird, sondern sich sogar vermehrt, dann müssen wir es in Sachwerte investieren. Wer weiß, wie er sein Geld beschützt und wie er es sogar vermehrt? Dem macht Geld keine Angst. Und Angst ist das Gegenteil von Glück. Wenn wir Geld dadurch gewinnen, dass wir Wert schaffen, also anderen helfen, weil wir für sie ein Problem lösen, dann ziehen wir Geld automatisch in unser Leben. Und wenn wir damit dann in Beziehungen investieren, werden wir glücklicher. In uns selbst investieren, stärker zu werden, werden wir glücklicher. Und wenn wir lernen, in Sachwerte zu investieren, dann verwandeln wir dieses Geld tatsächlich in glücklichen Wohlstand. Was ich nenne, in ein wirklich gelungenes Leben. Mein Appell, lass uns Geldmagnet sein. Lass uns glückliches Geld in unser Leben ziehen. Und wenn du mehr Info darüber haben möchtest, wie du das machen kannst, dann schau auf den Link unten in der Bio oder in der Beschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.